Hi, ich bin Roman. Für die Jüngeren unter uns, ich habe eine ganze Weile auf professioneller Ebene CS 1.6 gespielt, habe gemeinsam mit Blizzy einige Erfolge gefeiert und jetzt seit Anfang des Jahres arbeite ich für BIC, leite den Merchandise-Bereich für BIC und kümmere mich um CS-Teams. Das beinhaltet im Prinzip alles, was im Alltag so ansteht. Ich bin Christian. Wie Roman eben schon sagte, wir haben vor knapp 15 Jahren zusammen auf professioneller Ebene Computer gespielt. Auch sehr, sehr gut. Damals nach dem alten Counter-Strike 1.6. Jetzt sind wir beide seit Anfang des Jahres bei BIC auf Management-Ebene aktiv. Ich arbeite seitdem als Chief Operating Officer. Das heißt, ich bin verantwortlich für alle Unternehmensbereiche bei BIC und auch für die Weiterentwicklung für die Zukunft. Und das wird auf jeden Fall auch nächstes Jahr sehr, sehr spannend werden. Ich bin ja sozusagen mit dem Umschwung gekommen. Wir hatten vorher ein Office in der Bleibtreustraße, was relativ klein und überschaubar war, was eigentlich für Meetings und solche Sachen halt gedient hat. Und mittlerweile haben wir große Räumlichkeiten angemietet, wo wir unter anderem Bootcamp-Räume haben, wir haben ein Studio, wir haben ein Merchandise-Lager, wir haben viele Büros für die einzelnen Mitarbeiter, dass sich alles wirklich in Berlin zentriert. Und das fördert ungemein die Zusammenarbeit. Und ich denke, auch die Professionalität ist unter dieser ganzen Prämisse halt enorm gestiegen. Ich denke, das war ein Schritt, der nötig war. Und in dieser Zeit, in diesem Jahr, wo ich jetzt bei BIC war, hat sich in der Hinsicht auch unheimlich viel entwickelt. Und die Facility hat einen großen Teil dazu beigetragen. Im Rahmen der Facility sind wir auch personell extrem gewachsen. Wir haben eine eigene Grafikabteilung. Wir haben Leute eingestellt, die sich wirklich primär nur um die Facility kümmern, weil das bringt natürlich einige Aufgaben auch mit sich. Der logistische Aufwand, der dahinter steckt, ist auch enorm. Und durch den extremen Wachstum sind wir natürlich auch neuen Herausforderungen gegenüber gestanden. Und das konnten wir nur durch Einstellungen der neuen Mitarbeiter bedienen. Und ich denke, der Schritt, den wir jetzt gehen, ist wichtig. Aber es bedeutet halt auch natürlich eine neue Findung der einzelnen Bereiche. Und die Leute müssen sich auch erstmal einarbeiten. Und das ist für alle Beteiligten erstmal ein Mehraufwand. Aber wir werden in der Zukunft enorm davon profitieren. Und ich denke, wir sind auf einem sehr guten Weg. Wir haben im letzten Jahr begonnen, den Merchandise-Bereich in eigene Hände zu nehmen. Das bedeutet, wir hatten vorher, das wussten wahrscheinlich einige auch gar nicht, hatten vorher die ganze Logistik und auch die Steuerung bis hin zur Produktion und bis zum Versand hin, hatte die ESL das für uns übernommen. Und mittlerweile haben wir das in die eigene Hand genommen. Ich denke, das erste Jahr war auch sehr erfolgreich. Aber man lernt natürlich auch die Schwierigkeiten kennen. Es sind einige Prozesse gewesen, die wir uns anders vorgestellt haben. Das hat natürlich auch in einer Zeit angefangen, die jetzt nicht ganz günstig war. Corona hat uns da immer wieder die Tür vor der Nase zugeknallt. Aber am Ende haben wir ein Ergebnis gehabt in diesem Jahr, mit dem wir zufrieden sind und bauen darauf auf. Wir haben vieles dazugelernt. Wir haben viele Prozesse kennengelernt. Wir haben viele Firmen kennengelernt. Wir sind jetzt am Ende dieser Reise mit dem Ergebnis sehr zufrieden und sind auch in der Lage, große Produktionen zu verwirklichen und sind da auch gut aufgestellt. Wir haben das erste Jahr so aufgebaut, dass wir wirklich klassischen Fan-Merch produziert haben. Das werden wir auch weitermachen. Aber wir werden dazu eine Sparte nehmen, die auch ein bisschen den Autonomal-Verbraucher anspricht, sprich Alltags-Mode kreieren und produzieren und sind auch kräftig dabei. Wir sind gerade in der Produktion. Im ersten Quartal wird euch da einiges erwarten und wollen langfristig auch ganz klar diesen Weg gehen, dass wir nicht nur klassischen Fan-Merch machen, sondern auch ganz klar, ich nenne es jetzt mal Streetwear, die der Autonomal-Verbraucher auch im Alltag tragen kann. Ich betreue auch die Teams, insbesondere das CSGO-Team. Wir profitieren natürlich auch immer von den neuen Partnerschaften und von der Arbeit, die auf der Management-Ebene praktiziert wird. Und ich denke, da kann der Christian ein bisschen mehr zu sagen. Ich denke, da gibt es zwei ganz wichtige und herausragende Punkte. Der erste Punkt ist auf jeden Fall, dass wir es geschafft haben, eines der Partner-Teams zu werden bei der ESL und bei den Blast-Series. Das heißt für uns, dass wir mit einer sehr, sehr großen Wahrscheinlichkeit immer bei den größten Events mit unserem Parade-Pferd, mit unserem Zug-Pferd Counter-Strike dabei sein werden. Das hat immer eine sehr, sehr große Reichweite. Und da ist es sehr, sehr wichtig, dass wir auch bei solchen Events dabei sind. Ist auch sehr wichtig für unsere Sponsoren, für unsere anderen Partner. Das ist nämlich mein zweiter Punkt. Da haben wir es auch geschafft, dass wir in diesem Jahr sehr breit aufgestellt sind, immer neue Partnerschaften akquirieren konnten und auch langfristige Deals quasi abschließen konnten. Ich denke, dass das auch der Grundstein unseres Erfolges ist. Also wir haben uns das ja lange erarbeitet auf sportlicher Ebene. Und jetzt haben wir auf Management-Ebene das verwirklicht, dass wir wirklich diesen Step gemacht haben und uns das erarbeitet haben, dass wir in die Position kamen, Partner-Team zu werden. Und ich glaube, das ist so der nächste Meilenstein. Das muss man auch ganz klar herausheben, dass wir sind in Deutschland, da glaube ich, das einzige Team, das wirklich auch eine deutsche Basis noch hat. Das haben andere Teams ja mittlerweile nicht mehr. Und deswegen sehe ich uns da auch ganz klar als Vertreter Deutschlands. Und ich denke, das ist unheimlich wichtig. Und ich wünsche mir auch, dass andere Teams diesen Weg gehen können. Und ich denke, Konkurrenz belebt immer ein bisschen das Geschäft. Und von daher ist das, denke ich, sollte jeder diesen Weg halt probieren zu gehen. Ja, also da hast du schon recht. Also der sportliche Erfolg ist ja natürlich auch so maßgeblich. Ich glaube, ein weiterer Punkt, der auch für unsere Partner, auch für die ISL und die Blast auch ausschlaggebend bei uns ist, was uns vielleicht auch so ein bisschen von anderen Teams irgendwie unterscheidet, ist, dass wir auch sehr, sehr coole Kampagnen fahren mit unserem Content-Team, generell auch mit dem Marketing. Und ich glaube, das kommt sehr, sehr gut an. Und dadurch schaffen wir es dann halt dann auch nochmal, die sportlichen Erfolge zu untermauern mit coolem Content und lustigem Content, den wir dann auch unserer Community dann nochmal zusätzlich dann bieten können. Wir können im Prinzip alles umsetzen, was von uns verlangt wird und müssen nicht auf externe Mitarbeiter zurückgreifen. Das ist halt auch ein Step in die Richtung der Professionalität. Und wir sind da unheimlich gut aufgestellt. Genau. Also das hat man ja auch gesehen, also die Entwicklung seit Anfang des Jahres, was jetzt alles neu dazugekommen ist, hast du ja gerade eben genannt. Und das ist dann auch eine Sache, die können wir dann durch coolen Content dann untermauern und schaffen es dann halt immer wieder sozusagen neue Sachen zu kreieren, uns weiterzuentwickeln, uns immer wieder an neue Begebenheiten anzupassen. Und ich glaube, das ist halt so ein sehr, sehr wichtiger Vorteil, den wir hier bei uns bei BIC haben. Ich denke, die Go Big League war für uns, also für BIC, ein sehr, sehr wichtiger Meilenstein, auch noch eine viel, viel nähere Beziehung zu unserer Community zu haben. Also wir sind ja letztes Jahr im Oktober damit gestartet, sind jetzt mittlerweile über ein Jahr alt. Und ich glaube, in diesem Jahr haben wir es halt geschafft, sehr, sehr coole Events, sehr, sehr coole Aktivitäten, auch mit unseren Spielern, der Community, der Go Big League dann auch zu bieten. Wir sind mittlerweile das größte Hub dieser Art im Dachbereich. Und ich denke irgendwie, dass wir es da auch schaffen, auf eine sinnvolle Art und Weise, was den Zuschauern oder den Spielern auch Spaß macht, unsere Partner zu integrieren, dass wir da immer attraktive Preise anbieten. Und ich denke schon, dass das irgendwie relativ einzigartig ist, zumindest im Dachraum. International sind ja Teams jetzt wie Navi oder Astralis, die jetzt auf diesem Bereich da irgendwie dann auch probieren, irgendwie diesen Bereich zu bespielen. Aber ich denke, da haben wir so eine Vorreiterrolle, die sehr, sehr gut ankommt. Und ich denke auch, dass irgendwie unsere Fans das auch positiv sehen, dass sie da auch mal die Möglichkeit haben, mit ihren Idolen von BIC auch zu spielen, auch mal zusammen da mal Preise oder Turniere zu gewinnen. Und ich denke, es war ein sehr, sehr wichtiger Baustein für BIC. Es ist immer noch ein sehr, sehr wichtiger Baustein für BIC. Und ich freue mich da auch dann auf die nächsten Jahre. Ich denke auf jeden Fall auch, dass das ein wichtiger Baustein ist. Sowohl der Merch-Bereich, den wir dieses Jahr umgesetzt haben, der Go-BIC-Bereich, das Studio, was sicherlich ein weiterer Step in diese Professionalisierung ist. Und das sind alles Dinge, die wir halt haben und jetzt umgesetzt haben in kürzester Zeit. Und das zeigt auch, wie rasant dieser Wachstum ist. Also ich denke, wir sind da auf einem unheimlich guten Weg, aber halt noch lange nicht am Ende unseres Weges. Und ich bin total gespannt und freue mich auf die Zukunft, wie das alles sich entwickelt. Und die Herausforderungen, die kommen, denke ich, werden wir mit unserem Team gut bewältigen. Und ich freue mich drauf. Das sehe ich genauso. Ich glaube, wir sind in vielen Bereichen, wie du schon sagtest, noch am Anfang. Da ist noch sehr, sehr viel Potenzial. Ich meine, alle Märkte entwickeln sich auch immer weiter. Daran muss man dann immer sich orientieren, sich anpassen. Und ich glaube, dafür haben wir jetzt auch die Weichen gestellt, dass wir da in Zukunft dann auch immer probieren, sozusagen bestmögliche Ergebnisse zu liefern. Nicht nur auf spielerische Weise, sondern auch was Content und Marketing angeht. Das war es erstmal von unserer Seite. Ich denke, wir haben kleinen Einblicke gegeben, was wir so in diesem Jahr als neue Mitarbeiter umgesetzt haben und in welche Richtung das Ganze geht bei BIC. Es gibt natürlich unheimlich viele Bereiche und unheimlich viele wichtige Mitarbeiter. Wir haben das Ganze jetzt aus unserer Perspektive heraus ein bisschen euch näher gebracht. Und von unserer Seite können wir euch jetzt nur frohe Weihnachten wünschen und angenehme, ruhsame Feiertage. Und einen guten Rutsch. Und einen guten Rutsch natürlich. Natürlich. Bis zum nächsten Mal.